. Misstrauische Menschen, offene Geschwüre, Ticks. Die meisten ruhig gesteckt Mit Pillen die machten, dass sich keiner zu klar über seine Lage wurde, keinen Hunger spürte, sich nicht aus dem Fenster stürzte oder zu dem Missgabe im Griff oder brüllte. Was macht ihr mit uns? Mit unserem kleinen, kurzen, lächerlichen Leben? Sollen wir das wirklich verdämmern in dieser fucking Drecksbude hier? Wenn du nicht zum Erstarken der Wirtschaft beiträgst, kannst du nur mal keine Prämie dafür einfordern, was deine Eltern irgendwann mal gefickt haben. Lass uns eine Todesliste machen. Da packen wir all die Leute drauf, die uns gedemütigt haben und beleidigt. Wir machen sie ausfindig, ihre Schwachstellen und so. Und dann schenken wir ihnen die eine Sekunde im Leben, die sie nie wieder vergessen.